leute lehnt euch entspannt zurück krallt euch ein getränk was zu knabbern dies ist das season 20 patch note video es geht verdammt lang ich habe eine menge informationen natürlich wird es wieder präsentiert vom ea creator network denn ich hatte frühen einblick in die neue season es wird auch wieder ein gewinnspiel geben drei coin codes werde ich zum start der neuen season wieder bekommen was ihr dafür tun muss die meisten von euch wissen bescheid zu den gewinn videos später aber mehr nicht in diesem video sobald es sobald es so weit ist kündige ich das natürlich an abonnieren und so weiter gehört natürlich zur pflicht wenn es dann wie gesagt so weit ist sage ich euch auf jeden fall noch was zu den gewinnspielen was ihr noch alles beachten solltet wo fange ich an es gibt verdammt viele richtig geniale änderungen aber ich habe leider auch extrem schlechte nachrichten die ihr allesamt gescheiden finden werdet ich inklusive aber es wird änderungen geben gerade im mittelpunkt würde ich einfach mal sagen in season 20 steht wie ich in einem der letzten videos gesagt habe mit dem ring system steht und fällt jedes hießen und genau das ist mittelpunkt von 27 20 das ring system zu fixen und die änderungen die für euch für das ring system habe die hauen denke ich rein wenn das alles so stabil läuft wie es denn soll und ihr werdet das mit sicherheit feiern mit was fangen wir denn an oder was erwartet euch noch in diesem video ich habe auch noch eine menge ich habe über 40 season 20 bilder ich durfte die season diesmal nicht anspielen weiß aber so gut wie alles es gibt aber noch 100 prozent patch notes alles wurde nicht besprochen wie immer ich werde schon mal meinen schlauen pfeil hier unten an machen denn die bilder die bilder gehe ich aber ganz zum schluss durch weil das ist eine ganze menge ist es so viel durcheinander alles was ich euch gleich erzähle werde ich noch eine menge bildmaterial haben und respawn selber sagt es gibt eine änderung die ich persönlich extrem feiere die die zweitgrößte änderung im spiel ist seitdem apex legends draußen ist und das ist ein fakt definitiv und es wird das gesamte spiel für den battle royale modus ranked wie normaler battle royale modus völlig neu ausrollen taktisch ich sage euch jetzt einfach mal was auf euch zukommt also wir fangen an ranked änderungen ein neues armory system ein neues legenden upgrade system was darunter oder damit gekoppelt ist es ist extrem genial viele bilder gewinnspiel und so weiter habe ich schon gesagt ich fange mal mit sehr sehr guten neuigkeiten für alle next gen konsolen besitzer ps5 xbox series x an 120 fps 120 hertz nennt wie ihr wollt es kommt in season 20 und das wurde endlich zeit jetzt sage ich euch sofort die schlechten nachrichten wahrscheinlich habe das auch auf anderen plattformen schon gehört als gerücht als liegt ich werde es euch jetzt leider bestätigen müssen keine neue map die geteasert wurde von respawn selber in season 19 auf storm point auf verschiedenen monitoren und so weiter district die map wird kommen wann genau kann ich leider nicht sagen es wird keine neue waffe geben keine neue legende map änderungen und das sind die vier sachen die den meisten hype auslösen die schlechten nachrichten muss ich euch als erstes leider überbringen dennoch glaube ich ich habe es verletzten das gesagt season 20 muss liefern das tun sie mit diesem punkt leider nicht aber ich glaube dass die geschichten die jetzt kommen auf jeden fall in die richtige richtung gehen wir müssen jetzt mal abwarten wie es in der realität läuft und bevor ich jetzt zu viel zeit verliere fangen wir an einfach mal der reihenfolge nach so wie es mir mitgeteilt wurde in dem offiziellen season 20 live stream wir bekommen ach so zu den 120 fps gehören auch adaptive träger für xbox und playstation das kommt auch noch dazu wir bekommen neue ltms habe ich auch ein paar bilder nicht viel aber immerhin ein bisschen was wir bekommen zum collection event das dürfte direkt in season 20 starten erbstücksplitter in einem collection event wir bekommen einen neuen modus einen neuen ltm straight shot und der klingt extrem genial straight shot wird wird wie folgt funktionieren 30 spieler match dreier squads trotzdem also zehn teams wir landen auf einem kleineren teil der map wir können aber nicht aus einem jump ship springen es wird so ablaufen dass jeweils zwei teams random rausgesucht werden die an einem bestimmten pio landen immer zwei teams verteilt auf der map du kannst ja quasi nicht aussuchen wo du landest pulle kitted weapons findet ihr auf dem boden von weiß mit aufsetzen bis gold mit aufsetzen das spiel wird um die zehn minuten dauern kein dropship habe ich schon gesagt und es wird so sein wenn wir dann im spectator modus sind weil wir alle drei drauf gegangen sind und ihr könnt jetzt quasi den gegner noch irgendwie zugucken könnt ihr von dort aus sofort eine neue runde starten ihr müsst nicht zuerst zurück in die lobby deswegen straight shot du gehst in die action gehst drauf und kannst direkt in der action weitermachen weil du direkt eine neue runde starten kannst ohne erst in den nervigen lobby bildschirm zurück zu gehen sollten sie vielleicht auch wenn das richtig geil reinhaut auch für alle anderen wo die irgendwie rein knallen dann wird es einen weiteren ltm geben ob der gleich zum start mit aktiv ist glaube ich nicht ich weiß es aber nicht genau der nennt sich lockdown wie der genau funktioniert wurde leider nicht mitgeteilt in mittel der season wird es den three strikes modus auch wieder geben es gibt eine neue mixtape map habe ich auch ein paar bilder für euch die nennt sich thunderdome donnerkuppel achtung leider nicht die donnerkuppel von kings canyon und auch noch eine super nachricht weil viele sich immer wundern zählen eigentlich die kills und der ganze spaß in den ltms für meinen tracker ja in den zukünftigen ltms die noch so kommen sollen und auch in denen die jetzt in season 20 kommen werden die stats weitergezählt dann haben wir und das ist diese fette änderung wo respawn sagt achtung das ist die zweitgrößte änderung seitdem es apex legends gibt das legenden upgrade beziehungsweise armory system das hängt zusammen es gibt keine evo schilder mehr es gibt im lootpool keine schilder mehr wir werden keine schilder mehr finden die wir swappen können nirgends wo ein hot drop wo dir einer ein goldenes oder apropos goldenes das muss ich gleich dazu sagen das habe ich mir nicht notiert geht man davon aus dass es auch kein goldenes evo schild mehr geben wird denn das macht keinen sinn dass es es gibt auch wenn es nicht erwähnt wurde es kann auf jeden fall nicht passieren du droppst hot irgendwo und irgendjemand hat auf einmal das bessere body und du verlierst den gunfight nur weil er das bessere körperschild hat das system ist absolut geil es klingt erstmal verrückt aber es klingt geil und es macht meiner meinung nach auch platz für neue items für den kleineren lootpool der ja immer angestrebt wird es wird pro runde wie gesagt das ist so eine art perk system für legenden achtung du musst keine perks grinden irgendwie die du freischaltest wie wir es aus der mobilen version kennen das ist eine mischung aus perk system und rüstungs auf level system und es wird auch nicht mehr stupide so sein dass du deinen evo schild mit damage hochfahren kannst eine mischung aus allem ein wenig es gibt vier upgrade möglichkeiten für jede legende pro runde und in jeder runde kannst du irgendwie neu auswählen im endeffekt ist es so du hast ein bestimmtes level gap erreicht erfahrungspunkte im spiel gesammelt was meistens im early und im mid game passiert wo du dann quasi so ein peak erreicht wo sich dein evo schild weiterentwickelt von weiß auf blau und hast du das erreicht kannst du zwischen zwei perks fehlen ich habe gleich noch bilder für euch zeige ich euch alles ich möchte aber erstmal die patch notes runterhauen und zeige euch dann eine menge material wie geht's weiter dann sammelst du wieder eine menge erfahrungspunkte wie du die sammelt sage ich euch auch gleich und dann hast du wieder die möglichkeit dann ändert sich dein schild von blau auf lila und hast du wieder die möglichkeit zwischen zwei perks zu wählen und wie gesagt startet eine neue runde kannst du wieder komplett neu auswürfen taktisch richtig krasse geschichte und die finale evo variante ist die rote variante da ändert sich dann aber nur noch das körper schild ich sage euch zum beispiel mal die fähigkeiten von gibbie die es auszuwählen gebe ich habe nicht alle ich habe nur ich glaube wenn du lila wirst oder wenn du blau ist es ist egal scheiß einfach drauf gibbie kann bei einem level upgrade auswählen habe ich eine kleinere bubble die dafür eine kürzere cooldown zeit hat oder habe ich eine deutlich größere bubble die aber vier sekunden kürzer ist das jetzt als beispiel oder dann gibt es noch hebe ein teammate wieder auf der 40 lebenspunkte hat und nicht nur so wenig oder die andere variante du bekommst sofort die shotgun munition nachgeladen wenn du jemanden lockst diese diesen perk habe ich übrigens bei verschiedenen legenden gesehen finde ich jetzt nicht ganz so spannend aber ein teammate revival mit gibbie in verbindung vielleicht mit einer bubble und 40 lebenspunkte für deinen kollegen den aufhebst das ist schon echt starke sache lifeline zum beispiel hatten self revive und einiges mehr komme ich auch gleich noch drauf obwohl ich kann es euch auch eigentlich gleich sagen ich habe auch bilder dazu also lifeline abstufe lila also von blau auf lila kannst du auswählen zwischen einem self revive also quasi das goldene knockdown schild von früher was wir kennen oder ein supply drop also deine nächste ultimative fähigkeit wenn du dein care package ruf ist kein care package sondern ein supply drop da könnte quasi eine graver drin sein das finde ich auch richtig krass dann habe ich als beispiel auch gleich noch bilder von matt maggie ihre ulti die wrecking ball ist eine fire wrecking ball die droppt ein paar mal auf den boden und beim finalen aufschlag wenn ich mich nicht irre verspringt die und macht eine v-förmige thermit spur das sieht so geil aus wahrscheinlich ist jetzt gerade wo ihr das video seht gerade auch der gameplay trailer rausgekommen das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen an die embargo zeit gekoppelt richtig genial dann wird es so sein generell generell kommt es vom early zu mid game zu diesen jeweiligen entscheidungen dass du eben das upgrade hast und die zwei perks aktivieren muss das bedeutet für leute die gerne schimmeln und sich kaum bewegen und lieber die arbeit seinen teammates machen lassen wird es schwierig dich zu entwickeln perks freizuschalten dein körperschild quasi weiterzuentwickeln aber es gibt auch möglichkeiten auf andere art und weise dich quasi zu 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 pimpen was muss man denn alles machen moment jetzt bin ich ja meinen aufzeichnung ein bisschen durcheinander gekommen bedeuten wir nicht in game weitere möglichkeiten für gamer sein schilder die perk zu bekommen sind es gibt einen ach so du musst schaden machen kills machen ist es du wirst deiner rolle als legende gerecht es gibt ja gewisse legenden perks oder legenden klassen du kannst zum beispiel biegen scannen für die nächste zone wenn du das machst bekommst du schon mal ein evo boost für dein komplettes team die dann kleinen boost haben dass du schneller dein evo erreichst also deine nächste stufe auch für die perks dann gibt es in zukunft evo harvester das sind kleine stationen wo du dich ein hoch boosten kannst und quasi wahrscheinlich gleich von weiß auf blau dich pimpen kannst sind nicht ganz so oft zu finden und es wird auch ein item geben habe ich auch noch ein bild von wo du ein extrem krassen boost bekommen er soll aber extrem selten zu finden sein oder extrem schwer zu finden sein dann habe ich gleich auch noch ein bild wo ihr das seht das ist ein care package das sieht ein bisschen aus als würden care packages oder auch tridents skins haben das kann aber auch sein dass es mit dem anniversary anniversary event zusammen hängt das kann ich euch jetzt aber nicht so genau sagen dann schilder fliegen komplett aus dem lootpool habe ich schon gesagt schildswap wird es so in der theorie noch geben es wird so sein dass du in der deathbox des gegners keinen schild mehr siehst dafür wird es gegen einen schildkern ausgetauscht es wird aber nicht so sein wenn du jetzt zum beispiel einen blauen schildkern hast du dein blaues körperschild von mir aus und du hast den gegner getötet deren lila körperschild hatte dann siehst du den lila körperschild in der deathbox den kannst du quasi swappen hast aber weiterhin dein blaues körperschild du bekommst dann auch deine 70 oder 75 lebenspunkte hat ja ein blaues körperschild und ein lila körperschild hat 100 lebenspunkte bedeutet wenn du quasi auf diesen lila kern drückst bekommst du deine 75 lebenspunkte wieder geheilt und die 75 lebens die 25 lebenspunkte die das lila körperschild extra hätte bekommst du als überschild obendrauf ähnlich wie bei der taktischen fähigkeit von gott ich habe ihren namen vergessen die neue legende aus diesen 19 haben einfach vergessen ich habe so viele so wenig nur noch weil ich einfach kaum zeit und auch kein bock manchmal habe sei es drum und über zeit geht dieses überschild auch wieder weg das heißt du kannst du kannst du armorswap nicht so effektiv machen wie wir das von früher kann das finde ich extrem extrem genial so was haben wir noch gründet heißt die legende hier habe ich mir aufgeschrieben und du ihn komm schon mal müssen wir jetzt mal ehrlich sagen ach übrigens das system ist auch im ring ganz wichtig da haben sich viele beschwert kein perk system aber so wie das system ist ist es einfach geil und wer es kacke findet den kann ich einfach nicht helfen weil ich finde die änderung extrem nice freut ich aber gleich noch auf die bilder es wird keinen kraft oder es gibt keine crafting metalle mehr aber das finde ich so schön es wird sich so ändern es ist so heftig du kannst jetzt jeden replikator und das habe ich auch schon öfter kritisiert der replikator seitdem der eingeführt wurde hat meiner meinung nach den spielfluss und den flow sowas von rausgebracht wie oft spielst du vielleicht mit randoms oder auch mit deinen teammates klar hast du vorteil davon wenn du das nutzt und andere nicht kannst du dich hochgreifen dein body schild hochgreifen und den ganzen spaß aber der ganze spielfluss geht flöten und dann hängst du da vielleicht drei vier minuten an einem spot und kraft ist dich sinnlos hoch das wird nicht mehr möglich sein gott sei dank der replikator bleibt aber du kannst jeden replikator den du findest nur ein einziges mal benutzen es gibt keine crafting metalle mehr du musst nicht ewig danach suchen und du brauchst auch keine metalle mehr und du bekommst auch natürlich dann keine metalle mehr wenn du eine loot box öffnest du kannst jedes mal die replikator nur einmal nutzen und kannst kostenlos irgendwas rausnehmen was du willst achtung es gibt nur noch schild batterien es gibt nur noch medikits munition und die teammate banner wenn du eine support legende dabei hast mehr nicht keine aufsätze mehr keine keine ahnung was du kannst dein body quasi nicht mehr hochpimpen finde ich auch eine feine sache ich finde es geil ich das ist eine absolut starke änderung und bringt wieder ein bisschen mehr spielfluss in die ganze geschichte so dazu habe ich denke ich genug gesagt mehr gibt es dazu nicht zusammen ich gleich auch noch ein bild dann gibt es und das überrascht mich es wird mitte der season irgendeine fette überraschung geben haben sie nicht gesagt was das genau bedeuten soll dann bekommen wir eine waffe in dem battle pass die schon man schon mal einen reaktiven skin hatte auf level 100 und 110 die r99 bekommt wieder einen skin ich habe ihn nicht gesehen dann hat man im trailer vielleicht gesehen ich habe ihn ja schon frühzeitig gesehen aber das sind halt wasserzeichen drüber und dann dadurch hast du das alles nicht so geil erkannt ich habe gleich übrigens noch bilder vom reaktiven skin er kommt endlich ein reaktives recolor für die flatline aus dem battle pass mit dem absolut geilen visier finde ich eine coole sache weiter geht es wer gerne die episoden sich außerhalb von battle royale den ganzen spaß angeguckt hat diese comics ich interessiere mich ehrlicherweise für diesen ganzen spaß so nicht wirklich ich habe mir die comics noch nie wirklich angeguckt aber die sind jetzt ein bisschen anders gezeichnet oder besser gezeichnet und synchronisiert das ist eine starke geschichte map rotation storm point olympus world's edge keine schlechte mehr rotation wie ich finde so flatline recolor aus dem battle pass habe ich gerade erzählt renkt enderungen und darauf warten doch die meisten wo ich immer gesagt habe mit dem rent system steht und fällt eine season wie gut oder wie schlecht sie performt wo ich immer sage egal ob du eine neue waffe neue map oder eine neue legende kriegst können wir alle drauf verzichten über einen bestimmten zeitrahmen das rank system muss funktionieren und ich bin überzeugt dies wird es wir werden jetzt noch ein einziges mal von season 19 auf season 20 einen kompletten hard reset bekommen auf ein rp heißt nicht mehr leiterpunkte dieser wechsel war sowieso völlig sinnlos das heißt wieder rank points ich nehme schon mal vorweg dass wir wieder splits bekommen es war doch nur eine frage er zeit bis sie wieder kommen und es wird auch wieder so sein dass du zum ende oder zum mit season update wieder sechs divisions zurück gesetzt wird quasi von dia 4 auf gold 2 müsste es sein und so weiter und so fort es gibt keine provisional matches mehr es gibt diese für viele nervigen prüfungen nicht mehr wenn du von gold auf platin hättest wechseln können dieser gap wo du dann diese prüfung machen musstest ich fand ihn nicht schlecht aber irgendwie war es auch nervig fand ich wie gesagt keine provisional matches es geht sofort los und es wird auch wieder so sein dass die ganz ganz guten spieler wieder relativ schnell aufsteigen das finden viele immer nicht so geil aber das gute daran ist das gute darin dass es einfach so ist dass du die wahrscheinlichkeit dass du auf extrem gute spieler triffst als mittelmäßiger spieler einfach deutlich geringer ist es gibt auch kein hidden mma mehr gott sei dank ist dieser dreck raus richtig 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 geil also im endeffekt könnte man sagen es ist ein reset auf season 13 grob dann haben wir mehr punkte für kills jeder kill zählt egal wie gut oder schlecht ein gegner war du bekommst punkte natürlich für bessere gegner mehr punkte für schlechtere gegner weniger punkte das sollte klar sein das wurde schon mehrfach versprochen das hat aber auch in der letzten season nicht so ganz funktioniert soll dann aber endlich so sein dann bonus für kills gegen spieler mit höherem rang und umgedreht das hatte ich gerade erzählt das kannten wir schon es wird einen streak bonus geben im klartext du machst jetzt eine runde in der top 5 platzierung egal ob du gewinnst oder nicht mindestens top fünf und dann kannst du fünf mal hintereinander runden spielen wo du auch die top 5 erreicht schaffst du quasi jetzt eine top 5 platzierung in der zweiten runde eine top 5 platzierung bekommst du schon mal bonus rp schaffst du das noch ein drittes und viertes und fünftes mal hast du das maximal streak level erreicht und bekommst extrem viele bonus punkte was heißt extrem genau bonus punkte kann ich euch nicht sagen solltest du aber nach der zweiten top 5 platzierung zum beispiel vielleicht nur noch sechster werden dann geht die street wieder von vorne los und so weiter ich hoffe dass wir das keinen camper bonus nennen müssen dass wenn du jetzt einmal top 5 erreicht dass du versuchst auf krampf deine platzierung zu erreichen punkte verteilung sollen transparenter sein wenn der end screen kommt finde ich gut ich habe auch schon gesehen habe ich glaube ich aber leider kein bild für euch kein hitten mma habe ich schon gesagt durch den reset sollen sehr gute spieler schneller aufsteigen habe ich auch gesagt split provisional matches ringt können wohl alles es soll wieder so sein das sollte in season 19 schon gehen viele von euch haben aber gesagt funktioniert nicht eigentlich soll es auch so sein dass bronzespieler mit einem pretz spieler zusammen ringt spielen soll das war in letzter season nicht so wo es so gesagt wurde soll aber eigentlich so funktionieren mal gucken was haben wir noch ich hatte mir ist jetzt gerade was eingefallen was ich hier nicht ausgeschrieben habe jetzt habe ich es aber schon schon wieder verloren verdammt dann kann es nicht so wichtig sein ist irgendwas mit der punkte verteilung glaube ich ach so das habe ich vergessen aufzuschreiben es wird so sein dass ein kill den du machst auch von mir aus platz 10 weniger wert ist als auf platz 5 das heißt je höher deine platzierung desto mehr punkte kriegst du für diesen einen kill also das steigt sukzessive machte dann fünf kills ist der auf platz 10 sind das vielleicht 50 punkte und auf platz 5 vielleicht 100 punkte keine ahnung so in etwa können wir uns das vorstellen das heißt wenn du nur platz 10 wirst heißt das ok punkte wirst du kommst du höher kriegst halt er brauche ich nicht erklären es war ja logisch so was haben wir noch dann habe ich ein paar kleinigkeiten noch die verraten wurden das ist aber er wieder durch die durch die fragerunde beantwortet wurden aber das wurde nur uns so ein bisschen hingeschmissen geht also davon aus gibt noch 100 prozent patch notes dann ein tag vor release am 12 februar weil es wird auch noch eine legenden legenden und waffenänderungen bachs nerves geben man darauf wurde aber überhaupt nicht eingegangen nur durch fragen kryptos drohne soll zum beispiel ein bisschen liebe bekommen in diese transition wenn du quasi die drohne aktiviert und damit selber rumfliegst dieser wechsel von krypto auf drohne und zurück das soll schneller passieren geht davon aus dass wir in season 20 eine storyline rund um horizon bekommen da wurde auch nicht drauf eingegangen aber in einem dieser trailer ich weiß nicht welcher trailer das war ihr werdet wahrscheinlich dann selber merken gibt horizon am ende des trailers eine komische situation wieder so macht sie halt irgendwie das könnte auf ihren sohn raus hinauslaufen dass da jetzt irgendeine story kommt was ich sehr sehr feier weil die story fand ich sehr sehr cool als horizon spiel gefunden hat und das könnte echt cool werden ich gehe auch davon aus dass ihr sohn vielleicht über irgend so einen zeitreise bla gedöns vielleicht eine neue legende werden könnte das wäre eine richtig coole sache die digital visiere dieses einfach digi scope gibt es nicht mehr für die smgs nur für die smgs also kannst dieses goldene tracker visier nicht mehr auf eine 99 knallen dann soll die 30 30 glaube das werden viele feiern weil die meta in season 19 extrem heftig war die 30 30 und die hemlock bekommen einen nerf wie der aussieht i don't know und dann haben wir watson die soll ein wenig liebe bekommen was genau es tut mir leid ich kann es euch nicht sagen und jetzt kommen wir zu verdammt vielen bildern wer bis jetzt dran geblieben ist den kann ich nur sagen vielen vielen dank vergesst den daumen nicht ein abo wenn ihr neu seid wenn er nicht neu seid trotzdem würde ich mich sehr drüber freuen mein pfeil ist schon an wir legen los das ist der replikator wie er jetzt aussieht dann haben wir das war jetzt noch nicht so spannend dieses item ist dieser extreme schild evo boost den wir nicht sehr sehr häufig wohl finden werden wir an dieser an diesem care package sehen könnt hat das teil einen skin das könnte mit dem anniversary event zusammenhängen denn wir werden auch seppelin sehen die jump tower sehen ein bisschen anders aus es gibt wieder diese riesen legenden ballons auf dem maps verteilt habe ich auch jede menge bilder für euch ihr seht ja hier oben ist das octane das müsste octane sein seht ihr hier dann haben wir als nächstes den evo harvester an dieses ding wenn ihr dieses teil hier findet könnt ihr euer evo schild ein wenig boosten und kommt quasi der nächsten stufe und euren zwei perks ein von beiden den ihr auswählen könnt ein schritt näher perks natürlich falls ich das völlig genauer erwähnt habe kann auf die taktische fähigkeit sein auf die ultimative fähigkeit oder 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 dann haben wir als nächstes so sieht das im screen aus wenn ihr quasi hier revendent ihr seht er hat schon zwei maximal zwei perks freigeschaltet und ihr seht wie viele erfahrungspunkte er noch braucht um die finale stufe auf rot zu erreichen 972 xp also wir haben hier zwar trotzdem damage und das ist schon das kuriose wie ich jetzt hier sehe ich habe mir die bilder noch nicht genau angeguckt aber ihr seht hier kurioserweise zwei squads left 28 damage gemacht keine kills nothing aber ja trotzdem ein lila körperschild er hat quasi irgendwas gemacht oder sich hochgecraftet und bräuchte noch 972 xp oder er ist eine rolle als revendent für irgendwelche sachen die er so kann ja er hat irgendwas tolles gemacht aber wie gesagt es kann ja auch sein dass du irgendeine legende im team hast die in survey beacon scannen kann und dann bekommst du schon bonus punkte für den ganzen spaß so sieht das dann aus dann haben wir so sieht das aus wenn wir dann ein level upgrade bekommen von weiß auf blau das ist hier das beispiel von gb hier können wir sehen du nimmst den linken fahrt bekommst quasi wenn du ein teammate revives 40 lebenspunkte also nicht du sondern dein teammate oder du nimmst eben das was ich jetzt nicht ganz so interessant finde auto reload shotguns und noch das heißt du noch ein gegner ich und dann ist deine eva 8 hier zum beispiel wieder komplett voll geballert ich habe diesen perc glaube ich auch bei mad maggie gesehen bei mad maggie macht der ganze spaß aber auch sinn weil sie ja die affinität hat das hat man schon dann haben wir jetzt sehen wir noch ein kurzes bild wie das level up danach aussieht das bild leuchtet dann kurz auf dann kommen die perks noch dazu dann haben wir eine kurzerklärung über das armory system mit dem schildkern wie ich es euch vorhin erklärt habe wie das funktioniert hier aus der overcharge noch mal auf englisch beschrieben und dass der über zeit natürlich wieder runter geht und hier seht ihr das linker fahrt rechter fahrt und so weiter und so fort müssen wir nicht weiter darüber reden ich werde übrigens es gab natürlich keine liste über die gesamten legenden was die alles können es soll hunderte verschiedene möglichkeiten geben zu kombinieren das heißt wenn season 20 rauskommt oder durch vielleicht früher an eine liste über die abilities komme oder ich mache einfach so noch mal ein extra video wende sind die season draußen ist und sage euch alle abilities da wird es ja sicherlich eine extra liste geben weil das wird eine ganze ganze menge sein und ich bin echt gespannt ich kenne sie leider nur von den legenden wie ich es euch vorhin auch aufgesagt habe über den rest können nur spekulieren habe ich jetzt hier ein bild vergessen nee das ist zum beispiel die fire wrecking ball von mad maggie die titscht jetzt hier ein paar mal auf dem boden auf und irgendwann knallt die noch ein letztes mal auf oder rollt vielleicht auch weiter und dann hast du so einen v-förmigen termit oder eine v-förmige termitspur auf der thunderdome map habe ich auch noch bilder für die mixtape variante da sehen wir das in der draufsicht das ist wirklich echt geil aus wir haben so sieht der replikator in zukunft aus sehr minimalistisch ich feier es bitte schreibt in die kommentare was haltet ihr von den replikatoren änderungen ich finde es geil wer es nicht geil findet kann ich genauso verstehen aber es ist toll wenn du dich nicht mehr auf diesen verdammten replikator verlassen muss aber übrigens habe ich auch vergessen zu erwähnen die crafting time ist deutlich schneller wenn du da ein item raus ziehst und es dauert nicht mehr so lange da du eh nur ein item ziehen kannst ist das jetzt halb so wild wenn es genauso geblieben wäre eine neuerung die sie im stream nicht erwähnt haben finde ich richtig geil du bist jetzt hier in einer newcastle ups in einer newcastle death box ich will eigentlich meinen verdammten pfeil anwählen den ich jetzt hier gerade nicht erwische oh mein pfeil ist hier ganz oben in der death box von newcastles death box warum sehe ich ihn hier ein wahrscheinlich ist das derjenige der den newcastle getötet hat das hat mich jetzt ein bisschen gewundert also quasi ein caustic wenn wir hier ein bisschen looten hier sehen wir übrigens auch den schildkern der hier weiß ist wir sehen während wir looten ein ein display von unseren teammates und uns selber wir sehen dass rave zum beispiel lila ist rampart blau und wir sehen was sie hier knockdown drin haben oder 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 und dass sie bestimmte items vielleicht gebrauchen könnten und wir sehen dass hier kein perk drin ist und wir sehen die überheilung warum der jetzt hier eine überheilung bekommen würde verstehe ich ach nee er hat aktuell wahrscheinlich aus irgendeinem schildkern noch die überheilung drin das seht ihr hier hier sehen wir aus dem blauen evo schild die drei balken quasi 75 lebenspunkte und ein 25er überschild aus einem lila kern sozusagen das ist eine richtig 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 geile sache dann haben wir als nächstes jetzt sehen wir hier noch mal den kern so sieht er aus und so würde das dann vielleicht ja die ich glaube die haben die bilder vertauscht haben glaube ich vergessen eigentlich hätte das genau umgedreht sein müssen weil hier ja jetzt nicht mehr der lila kann dass eigentlich müsste das jetzt hier angezeigt werden dass das hochgeheilt wird ich denke mal dass die das bild und das bild grafisch wahrscheinlich vertauscht haben keine ahnung das ist jetzt meine vermutung egal was haben wir hier hier sehen wir auch noch mal also ein nicht viel sagen das bild hier sehen wir einfach wenn eine runde gerade gestartet ist sieht das so aus hier next level 400 evo wir brauchen 400 erfahrungspunkte ja alles noch komplett nackig nichts besonderes was man hier sehen könnte dann haben wir weiter im text wir sehen also ich bin mir nicht ganz sicher ich kenne den gibbys ging jetzt so nicht vielleicht habe ich ihn irgendwann mal verpasst es könnte auch ein neuer gibbyskin sein ihr seht ihr auch ein zeppelin keine große bedeutung sollte mit dem anniversary event zusammenhängen ja immer noch ein finisher von fios nichts besonderes wir haben immer noch nichts besonderes wir sehen im hintergrund ein paar schöne balance falls ich was über sehe schreibt in die kommentare so das ist jetzt ein straight shot event bild dass wir einfach beispielhaft fully kitted weppen weiß blau oder von mir aus auch gold sehen können und die einzigen attachments die ihr hier unternehmen könnt sind die optiken mehr kannst du nicht wechseln dann haben wir schemerhaft noch mal das upgrade system weiß ganz normal schafft es auf blau kannst du zwischen links und rechts wieder wählen und bei lila noch mal links und rechts und final haben wir dann stufe rot das evo schild in rot wir haben ein völlig oder ein richtig geniales display wenn wir in unser inventar gehen hier sehen wir nämlich schon mal wo stehen wir grob wir sehen hier unser körperschild und wir sehen unsere ladung hier fast halb voll also der schildkern ist quasi halb voll bevor er sich auf blau ändert wobei ich hier nicht ganz sicher bin ob das so hinhaut mit den zahlen bei 600 evo ich weiß es nicht kann ich euch nicht so ganz genau sagen wie die zahl jetzt zustande kommt hier haben wir einen tracker achtung achtung wir bekommen zum release von season 20 die möglichkeit für alle die bestimmte legenden noch nicht frei geschaltet haben um genauer zu sagen sie auf use rampart mad maggie loba und welkrie die können wir jetzt die ganze season lang kostenlos spielen und wenn wir keinen bock haben unsere legendären tocken diese wenigen die wir wahrscheinlich alle besitzen dann kannst du mit challenges diese legenden für immer freischalten hatten wir in der letzten season oder in der vorletzten auch schon mal wir haben ein paar banner die wir frei spielen können und so ein bisschen anderen krims kram der nicht ganz so interessant ist aber wir haben hier halleluja den den flatline reaktiven recolor für den battle pass skin welches hießen was hießen 3 hießen 4 ich weiß es nicht mehr ganz genau mit diesem extrem genialen visier wo du theoretisch meiner meinung nach keine optik mehr drauf machen muss weil es einfach geil ist und ein extrem krassen race skin und hier noch mal ein tracker so das ist etwas was wir glaube ich kostenlos sogar frei spielen können collect all three missions reward doch keine ahnung was die mir hier erzählen wollen aber ich glaube du kannst die frei freischalten so wir sehen hier so ein paar balloons wir sehen hier einen jump tower der total lustig aussieht aber irgendwann ich muss sagen letztes jahr ging mir die ballons irgendwann ziemlich auf den geist hier noch ein paar ballons da noch ein paar ballons hier noch ein trident was so lustig aussieht das ist jetzt die vermutung da gingen wir in dem live stream weil das war ein paar members waren die da den chat fall geknallt haben man ging davon aus dass das care package oder auch vielleicht tridents jetzt in zukunft skins bekommen ehrlicherweise muss ich gestehen würde mich das auch nicht wundern aber ich glaube eher dass das ein collect oder ein anniversary event exklusiver skin ist der danach wieder verschwindet er geht einfach mal davon aus so sieht das dann auch auf storm point aus nichts spannendes auch die gravity kennen uns sehen lustig aus es hat einen interessanten touch aber es wird sicherlich nach der season wieder verschwinden und wie gesagt geht davon aus dass es nicht die 100 prozent patch noch sind es werden noch legenden batten nervs und was kommen hier haben wir ein paar änderungen in dem museum übrigens wir sehen ja auch ich weiß nicht ob das schon mal so war wir haben ja den explosive tick wir haben eine titan batterie und etwas wo ich keine ahnung habe was es darstellen soll dann haben wir ein titanfall museum war glaube ich vorher auch nicht so das finde ich für alle titanfall spieler eine extrem geile geschichte dann haben wir noch ein global series gedöns hier wir haben hier noch ein bisschen titanfall staff wir haben hier übrigens blisk der veranstalter der apex games wer es nicht wusste und wir haben eine thunderdome die neue arena für die mixtape geschichte das ist wahrscheinlich so eine mischung aus king's canyon und world's edge weil hier dieses gebäude kennen wir zum beispiel von world's edge dann haben wir hier noch ein stück also die folgenden bilder die jetzt noch kommen das ist alles noch die thunderdome oder donnerkuppel also die map sieht unwahrscheinlich geil aus im trailer dachte ich erst das ist eine neue also die neue battle royale map aber enttäuschenderweise kommt die ja tatsächlich nicht was ich sehr sehr schade finde und jetzt müsste eigentlich final das bild kommen nein das bild mit der wrecking ball v-förmig gab es doch nicht hier das war dann doch im trailer das habe ich ein bisschen verpeilt aber die map sieht unwahrscheinlich geil aus wäre für mich ein grund mal wieder den ganzen spaß zocken jetzt muss ich mal gucken ich hätte mal die ganzen bilder wieder alle ausschalten sollen leute schreibt in die kommentare was haltet für ihr von allen änderungen vergesst nicht zu abonnieren das ist natürlich klar und jetzt versuche ich mich irgendwie mal noch wieder sichtbar zu machen weil ich vergessen habe die ganzen bilder wieder weg zu schalten da bin ich wieder also ich verstehe jetzt jeden der sagt boah ist das eine fette enttäuschung aber ich habe noch nie ein patch notes video gemacht was so lang geht fast 40 minuten das ist heftig und ich bin mir sicher dass viele wahrscheinlich schon lange lange vor 20 minuten weggeschaltet haben es ist massiv viel was sich ändert aber enttäuschenderweise trotzdem obwohl es so viel ist was ich jetzt gesagt habe keine neue map keine neue legende keine neue waffe keine map änderung und so weiter und so fort das wird viele enttäuschen aber mit den ranked änderungen steht und fällt die season und wenn das jetzt endlich mal reinknallt und da ist respawn meiner meinung nach endlich mal in der oder was heißt endlich schon lange in der bringpflicht wird's geil 120 fps das wurde auch alles wie bitte wie cross progression schon vor über zwei jahren angekündigt und jetzt ist es endlich da jetzt ist auch final endlich das next gen update komplett können wir mal sagen und dann bin ich gespannt wie das so ankommt ich bin wirklich gespannt ob sich viele von der verdauer des videos total genervt fühlen macht mal bitte in die kommentare ein hashtag viel zu lang hashtag viel zu lang wer bis zum schluss geguckt hat würde ich mich freuen als zusätzlichen kommentar gerne noch also verbleibe ich jetzt mit freundlichen grüßen und bin auf jeden fall gespannt was ihr zu sagen habt haut rein ciao